Hallo zusammen und es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsch ich. Die elfte Woche Fortnite hat begonnen und in meinem Nvidia Replay Archiv haben sich wieder einige, so wie ich finde, interessante Spielmomente angesammelt. Auch sind Situationen dabei, bei denen ich nicht davon ausgegangen bin als Sieger hervorzugehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sollte es dann hier aber erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.